Es gibt diese eine Frage, die seit Jahrzehnten im Fokus von Selbstständigen und Gründern steht, unser Blut sofort in Ballung bringen. Wie mache ich mit Freude meine Buchführung? Und deswegen bin ich froh, dass ich mit euch heute im VGSD-Talk über sexy Buchführung in deiner Selbstständigkeit spreche. Du kannst dich freuen auf entspannte Buchführungen Schritt für Schritt, Zahlen sexy machen und Schau Kakao Buchführung Schweine rund. Schau dir diesen Talk auf jeden Fall an.